Liebe Zuschauer, genau vor einem Jahr hat hier in der Zentrum Galerie in Dresden die erste Lebe Lister Filiale in Deutschland eröffnet. Einiges ist passiert seitdem und deswegen habe ich heute eine kleine Sektflasche mit dabei, um Christine und ihr Team zu überraschen. Ein Jahr ist vergangen, seitdem gibt es euch jetzt hier in der Zentrum Galerie und wir haben ja auch einiges mit euch erlebt. Bild mir doch mal auf die Sprüge, was haben wir alles gemacht? Ja, es ist immer angefangen von der grandiosen Eröffnung natürlich, der aufregendste, spannendste Tag überhaupt. Weihnachten war ein ganz, ganz großes Thema, ist super gelaufen. Silvester war auch noch mal ganz spannend, wo wir hier den Glamour-Look verpasst haben. Also es war ein aufregendes Jahr. Wir hatten einige Aktionen, zum Beispiel auch die Herbstaktion, kann ich mich erinnern? Genau, wir hatten die Herbstaktion mit dem Herbstlook. Ganz großes Event natürlich auch nicht zu vergessen war Lee Stafford. Also zum einen schon das Casting im Vorfeld, wo wir unsere Stammkunden angesprochen haben, sich die Haare frisieren zu lassen und dann natürlich auch die Party im Maihaus, die super cool war mit dem Team und mit allen Kunden. Die Herren waren bei uns zu Gast. Ja, also das ist auch, hat sich super gemacht. Es werden mittlerweile ganz viele Stammkunden aus der Herrenriege. Und was habt ihr euch denn jetzt einfallen lassen, jetzt zum Geburtstag? Ja, also wir werden sozusagen Geburtstag feiern über zwei Wochen. Die letzte Oktoberwoche und die erste Novemberwoche, also rund um den ersten November Geburtstag. Und da wird es ganz viele Geschenke und Rabatte geben für unsere Kunden. Es wird jeden Tag eine andere Aktion geben. Also angefangen von 20% auf die Lieblingsprodukte bis hin zu stundenweise 30% auf das ganze Sortiment. Also die Kunden werden verwöhnt, die bekommen kleine Geschenke mit dazu und wir bedanken uns für die Treue. Christine, was ist denn das neue oder das Besondere an den neuen Produkten, die ihr jetzt auch im Repertoire habt? Also wir haben vor allem unser Pflegesortiment erweitert. Also so wie du es da siehst, Good Skin Lads ist dazugekommen und Soap & Glory. Und die erweitern unser Repertoire einfach um Spezialisten. Also die neuen Pflegeprodukte erfüllen einfach sehr spezielle Hautwünsche und Hautbedürfnisse, damit wir wirklich jedem Kunden gerecht werden können und alle Wünsche erfüllen können. Wir haben ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich schon seit vielen Jahren liebe und mich freue, dass wir endlich ein Sortiment haben, sind die Mavis Zahncremes. Die kommen direkt aus Florenz, ist eine ganz kleine Manufaktur und die Zahncremes sind alle ganz schonend, natürlich, mit natürlichen ätherischen Ölen, Geschmack versehen und hellen die Zähne auf. Was ich heute auch entdeckt habe, ihr habt jetzt auch Ohrringe und Schmuck im Repertoire. Das finde ich ganz toll. Da sind wir ganz stolz. Mit der Marke Tosh sind wir hier die einzigen in Dresden. Die haben wir jetzt ganz neu, seit knapp zwei Wochen. Macht sich super gut, kommt bei den Kunden ganz toll an. Und das Schöne an der Marke ist auch, dass es ein ständig wechselndes Sortiment ist. Und wir können sowohl Modeschmuck bieten als auch Echtschmuck. Also es ist für jeden was dabei. Ja, Christine, schön, dass wir wieder bei euch sein konnten. Prost auf ein weiteres schönes Jahr hier in Dresden. Und für Sie, liebe Zuschauer, falls Sie auch Geburtstag feiern möchten, hier bei Liebe Lister, ab nächste Woche Montag, 26. Oktober, geht's hier los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.